Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Taxi bereit. Hat jemand ein Taxi bestellt? Absitzen, sofort. Vorwärts, Männer, aber schießt erst auf mein Kommando. Stehen bereit. Los geht's, Männer. Keine Vorkommen, Sir. Positiv, Männer, der Feind ist in der Nähe. Sanitäter! Be Feind, Be Leer. Wollen Sie mitfahren? Zweiter Zug einsatzbereit. Ah, es hat mich erwischt! Absitzen, sofort. Wollen Sie mitfahren? Feuer und Bewegung! Ah, Verdacht! Es hat mich erwischt! Zwei Täter! Tovary, nicht schreien! Taxi bereit. An dieser Position müssen wir raus. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Jawohl, Kommandant. Hinschbatterie bereit. Machsam bleiben. Wir kommen aber nicht zufrieden. Wir sind verlichtet. Ah, es hat mich erwischt! Zu Befehl. Marsgeschwindigkeit erreicht. Bereite, Hauptmann. Mach die Klinge auf! Der ist hinüber. Zweiter Zug, vorwärts, Mark. Zweiter Zug einsatzbereit. Der ist hinüber. Wie lauten Ihre Befehle? Stehen bereit. Ah, es hat mich erwischt! Feuer und Bewegung! Ah, es hat mich erwischt! Infanterie bereit. Machtsam bleiben. Bereite, Hauptmann. Feindereck für eigene Stellung. Ja, noch keine Ohren! Panzer zur Stelle. Aufgepasst, Männer! Es geht los! Infanterie bereit. Vorwärts, Männer! Aber schieße erst auf mein Kommando! Rot-Eins an alle! Funküberprüfung! Kommen! Zieh den Arsch anhand! Ruhe! Herr Hör! Vorsicht, Männer! Der Feind ist in der Nähe! Der ist hinüber! Bereiter, Hauptmann! Feind direkt für eigene Stellung! Haha, das hat gesessen! Überprüft Waffen und Munition! Ohne Tritt, Marsch! Scheiße! Das war knapp! Große Arbeitsrichtschütze! Bereit für den Transport! Ziehpunkt erreicht! Raus mit euch! Infanterie bereit! Zum Schützenrodel aufgehen! Mier da! Zurück! Und zwar langsam! Unten bleiben! Was sind Ihre Befehle? Feuer frei! Sotazug einsatzbereit! Sotazug einsatzbereit! Ah, es hat mich erwischt! Feuerüberlegenheit! Nicht mal Feuerüberlegenheit! Sotazug einsatzbereit! Der ist über! Bewegung! Abstände vergrößern! Auf befohlenes Ziel! Feuer! Stehen bereit! Unsinnbleiben! Mehr Feuerkraft gefällig? Halten Sie uns etwa für einen Panzer? Sanitäter! Hauptmann! Taxi, dort müssen wir hin! Fertigmachen zum Sprung! Wir geißen gleich! Wollen Sie mitfahren? Hauptmann! Taxi, dort müssen wir hin! Absitzen! Sofort! Wie lauten Ihre Befehle? Ruhe! Herr Hörn! Marschformation! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? An dieser Position müssen wir raus! Zieh den Arsch an, Hans! Jawohl! Ah, es hat mich erwischt! Zweiter Zug einsatzbereit! Der ist hinüber! Zieh den Arsch an, Hans! Feind gesichert! Gefängstbereitschaft herstellen! Was sind Ihre Befehle? Ah, verdammt! Es hat mich erwischt! Jawohl, Hauptmann! Wir sind getroffen! Der ist hinüber! Die Arteillerie wird dort in Stellung gebracht! Zur Stelle, Hauptmann! Schauen wir mal, ob wir auf Feinde stoßen! Ah, es hat mich erwischt! Obst stürmt oder schneit! Ohne Tritt, Marsch! Lanza zur Stelle! Ah, verdammt! Es hat mich erwischt! Keine Vorkommnisse! Volles Schwarze! Ah, verdammt! Es hat mich erwischt! Wir sind leergeschossen! Ah, es hat mich erwischt! Ja, Kommandant? Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Ah, es hat mich erwischt! Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Wird gemacht! Flak bereit! Ah, verdammt! Es hat mich erwischt! Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Please, don't shoot! Halten Sie uns etwa für einen Panzer? Zielgruppe, dieser geht nur dann auf! Wir können nicht mehr! Wie lauten Ihre Befehle? Rückwärts, 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 rückwärts! Hoch auf dem gelben Wagen! Bayonette aufpflanzen! Rot-6, kampfbereit! LNG ist der Samula für die Inhalung! Marschgeschwindigkeit erreicht! Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! Jawohl, Hauptmann! Weder Freund noch Feind! Nur lohnende Ziele! Bereit zum Feuern, Kommandant! Feind direkt für eigene Stellung! Wir sind hier ein leichtes Ziel! Wir sind leer geschossen! Köpfe runter! Arme zurück! Überprüft Waffen und Munition! Feind direkt für eigene Stellung! Ich höre! Jawohl! Telefon ist wieder gehen oder nach! Feind gesichelt! Gefängsbereitschaft herstellen! Wir müssen hier raus! Zieh den Arsch an, Hans! Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant! Fahrer zurück, zurück! Be Feind, be leer! Feind direkt für eigene Stellung! Die Gruppe erwartet Ihnen Befehle! Positiv, Männer! Der Feind ist in der Nähe! Ja, Kommandant? Nimm die beiden in die Hand! Scheiße! Das war knapp! Jawohl, Hauptmann! Arsch! Feind in der Nähe! Beschütze die Artillerie! Anzer zur Stelle! Zieh den Arsch an, Hans! Volltreffer! Sie ist zerstört! Verdammt! Es hat mich erwischt! Der ist hinüber! Wir können nicht mehr! Panzer, eins! Geschützbereiter, Kommandant! Es hat mich erwischt! Stehen bereit! Bayonette aufpflanzen! Sanitäter! Infanterie bereit! Der ist hinüber! Ob stürmt oder schneit! Vornei! Wir müssen noch mal beherrschen! Arterie zu Diensten! Wir müssen hier raus! Klasse! Ziel zerstört! Das hat gesessen. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Gute Arbeitsrichtsschätze. Ziel zerschlagen. Zodim Täter. Überprüft Waffen und Munition. Lass mich raus! Ich will da raus! Lass mich gehen! Jawohl, Herr Kondal. Feind direkt für eigene Stellung. Bereiter Hauptmann. Wir sind getroffen! Tolle Schwarze! Wir stehen unter starkem Beschuss! Wir sind hier ein leichtes Ziel! Mehr Feuerkraft im Welling? Energie, jetzt ist der Star-O-Las-Busche. Ich höre. Verdammt! Es hat mich erwischt! Jawohl, Kommandant! Siebpunkt erreicht! Raus mit euch! Bereit für den Transport! Taxi! Dort müssen wir hin! Achtung! Was hat mich erwischt! Falltreffer! Sie ist zerstört! Flack bereit! Fertigmachen zum Sprung! Wir geifen gleich! Wir wurden getroffen! Ziel zerschlagen! Wir sind hier ein leichtes Ziel! Wollen Sie mitfahren? Absitzen! Sofort! Stehen bereit! Gute Arbeitsrichtschütze! Zwei die Täter! Stehen bereit! Einsatz bereit! Indianer auf drei Uhr Oberhalden! Haha! Das hat gesessen! Jawohl, Kommandant! Ah! Es hat mich erwischt! Der ist hinüber! Höre Sie klar und deutlich! Rückwärts Marsch! Rund zum Feind! Wahre Gefechtsgeschwindigkeit! Feind direkt vor eigener Stellung! Wir haben keine Munition mehr! Stehen bereit! Wachsam bleiben! Feind direkt vor eigener Stellung! Hat jemand ein Taxi bestellt? Tonne Schwarze! Wollen Sie mitfahren? An dieser Position müssen wir raus! Klasse! Ziel zerstört! Jawohl, Herr Kommandant! Die Gruppe erwartet Ihre Befehle! Am Schützenrodel aufgehen! Mir nach! Wie lauten Ihre Befehle? Sie sind geschützbereit, Herr Kommandant! Ich bin geschützbereit, Herr Kommandant! Herr Kommandant! Untertitelung des ZDF, 2020